Ich traue mich eigentlich eh nicht mehr fragen, wie mir jetzt die Pressekonferenz ausschaut im ORF, das Kasperltheater, oder ist kein, ich weiß es nicht, aber es schaut da noch aus. Dann frage ich mich, wie lange wir eigentlich alle noch verarscht werden und auch die Wirten verarscht werden, weil ich habe auch einen Hilfen angesucht, ich habe bis heute keinen Cent gesehen. Danke. Oder vielleicht ist ja der Antrag verloren gegangen, oder stimmt das alles nicht, was die sagen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bin ich ja voll Hirni oder voll Deppert, da ist mir eh wurscht, aber liebe Leute, das ist eine Verarschung, Ende nie. So kommt es halt mir vor, ich weiß es nicht. Vielleicht täusche ich mich. Vielleicht bin ich ja Hirni, habe ich ja schon gesagt. Und selbst er sagt sich schon, wir glauben euch nichts mehr. So ist es. Ich weiß es nicht. Aber ganz mit rechten Dingen geht mir das Ganze nicht mehr zu und es gefällt mir gar nicht. Tschüss. Tschüss.